Im Mathematikunterricht an der Zirkusgasse versuchen wir neben einer guten Grundlage der mathematischen Allgemeinbildung immer auch Motivation zu schaffen, indem wir Projekte wie die Vermessung des Erdumfangs durchführen oder Vermessung von Gebäuden, Mathematikwettbewerbe und ähnliche Projekte. In der Oberstufe ist unser Fokus darauf gerichtet, kompetenzorientiert auf die Matura vorzubereiten. Unsere Ergebnisse können sich dort im Wiener Vergleich gut sehen lassen und diese Basis wollen wir unseren Schülern mitgeben. Untertitelung des ZDF, 2020